Hallo, so, da sind wir wieder. Wie ihr seht, ich hab die Glock von eben schon ausgerüstet. Ist jetzt nicht so das Mörderteil. Ich hab eben auch mal geguckt. Marktplatz 10 Cent. Irgend so was. 10, 11 Cent. Eigentlich sieht sie ganz schick aus. Hat jetzt nicht die besonderen Sachen. Aber für Laune ist es schon in Ordnung. So, gucken wir mal, was wir jetzt für eine Karte kriegen. Wo ich eben war, haben sie dann nochmal Dust gewählt. Ganz toll. Da hatte ich aber nicht nochmal Bock drauf. Wenn dann nochmal eine andere Karte. Gucken wir mal, was nü kommt. Ich fände ja auch ernsthaft. Scheiße. Dann gehen wir jetzt aber CT. So, das sind aber nicht die von eben. Aber die Gruppe ist voll. Oh Mann, scheiße. Nochmal T. Ja gut, dann... Da ist sie. Die schöne neue Glock. Auf jeden Fall besser als das Standard-Ding. Hör mal, ein bisschen Abwechslung. Ich kaufe in der ersten Runde meistens nichts und spare mir die Kohle lieber. Sehr geil. Das ist toll. Das ist noch toller. Der Kollege hier an der Tollmann. Der stirbt die Wappen will ich nicht. Der ist auch ein bisschen entnervt, glaube ich. Nein, das geht nicht echt aus. Das ist so scheiße. Ja, mit der P90. Ich meine... Alter, was ist denn hier von krach? Ich finde die P90 ja auch ganz geil. Aber das stimmt schon, ey. Die ist schon auch ein bisschen... ...ne Assi-Waffe. Ich meine, 50 Schuss und das Ding ist brutal stabil. Die verzieht es kaum beim Schießen. Die ist schon ein bisschen fies. Das ist ungefähr hier wie die Drecks-Auto-Sniper. So, dann kaufen wir mal hier. Das Ding bringt es mal in eine Desert Eagle. Madde. Das ist jetzt auch nicht das übertollste Modell. Aber ich glaube, das war die erste, die ich mal im Spiel gekriegt habe. Am Ende von der Runde. Ey, schon wieder jetzt. Ernsthaft. Yeah, den habe ich erwischt. Den Hund. Der darf in eine Gnade. Oh, wann? Aber eine Granate. Nein, die finde ich nicht. Oh. Gut, dass ich nicht schießen kann. Auch eine Scheiß-Waffe vor dem Herrn. Wenn hier mal irgendwo was anderes was mit dem Drecks-Ding. Scheiße, da war was. Äh. Ja, komm. Auch wenn mir jetzt wieder eine Rauch entgegenfliegt. Und ich dann nichts sehe. Oh, ernsthaft. Ja. Telefon ist jetzt schlecht. Gerade. Ich guck gerade auf mein Handy. Das ist ja gerade angefangen hat zu bümmeln. Und das ist irgendeine ganz komische Telefonnummer. Die ich nicht kenne. Hm. Dann nicht. Mal nur ein bisschen weg machen, dass es nicht so komische Geräusche in den Boxen gibt. Ja, tut es aber immer noch. Derjenige hört auch nett aufklingeln zu lassen, ey. Der ist ja schon ein bisschen nervig, ne. So bedingt. Boah, sag mal, jetzt ist es aber gut. Der ist immer noch bümmeln. Keine Hobbys. Gibt's doch nicht. Ich hab halt dummerweise keine Mailbox. Sollte ich vielleicht mal installieren. Der hört nicht auf. Ja. Der hört vielleicht gerne das Tuten. Wasser, zwei gegen einen. Äh, warte mal. Der mit der Aave? Will der mich verarschen? Boah, ich hab jetzt schon gedacht, ey, das wäre wieder so ein Gespacken hier mit Aimbot. Das hatte ich hier letzt. In einem Spiel. Das fuckt so ab, ey. Und der war auch so dermaßen unauffällig damit. Das war auf Assault. Und der sitzt oben auf den Bahngleisen. Auch mit einem Sniper. Ich weiß nicht mehr, ob AWP oder Scout. Und schießt die ganze Zeit auf die Hauswand. Und ich konnte das ja sehen. Also da waren ja die Terroristen drin. Ich war auch Terrorist. Und ich sehe ja die Umrisse, wie jetzt bei dem auch, durch die Wände durch. Und ich konnte halt sehen, wie der auf die Wand schießt, wo ein Terrorist dahinter sitzt. Also ganz unauffällig. Hat sie natürlich nicht gekillt. Hat aber die ganze Zeit auf die Wand geschossen. Was kaufe ich denn jetzt? Dann kaufe ich mal halt eine Gully. Die habe ich mir übrigens mal gegönnt, weil ich mag die Gully. Ich finde das eine ganz coole Waffe. Bei den Terroristen. Und da habe ich mir halt mal eine mit Stat-Track geleistet. Das war nicht schlecht. Muss man sagen. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, dass der gerade als wir hoch sind runtergesprungen ist. Wo er sogar unten lang gelaufen ist. Da habe ich mich doch mal angestellt. Hat jetzt der Typ eigentlich aufgehört anzurufen? Ja. Ich glaube, den rufe ich gleich mal. Rufe ich nochmal zurück. Wer auch immer das ist. Ich muss vielleicht dazu sagen, was das sollt. Ja, 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 ja. Bin ich dafür. Während ich hier gerade aufnehme. Ich habe Geburtstag. Deswegen klinge mein Telefon andauernd. Eigentlich haben so gut wie alle heute schon angerufen. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, wer nervt. Ja, Office nehme ich auch. Ist mir auch recht. Nur nicht jetzt hier andauernd Dust. So, ich warte jetzt mal hier. Und guck mal. Nicht, dass der Penner wieder runterhüpft. Aber... Es kommt gehe noch. Da. Ach, jetzt wurde ich von da auch noch beschossen. Sehr gut. Ja, ihr merkt, ich bin hier voll Pro. Team's Mission. Jawohl. Team's Mission. Ja, komm. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Da haben jetzt... Die acht, neun Jahre sind die Terroristen. Und die anderen CT kommen nicht dazu, weil sie gerade noch im Spielen sind. Die sind doch nicht tot. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, ob die Teams jetzt vermischt werden oder nicht. Komm, schieb mich rüber. Dann zeige ich mal nicht vorhandene Künste bei den... Oder nicht. Ach, komm. Haben wir mal Spaß. Die habe ich auch hier vor ein paar Tagen gekriegt. Also, ich denke mal, ihr merkt schon, ich nehme das hier jetzt nicht voll ernst. Counter Strike. Dafür bin ich auch einfach echt zu grottig. Da würde ich mich nur noch mehr aufregen als sowieso schon. Ha! Siehste? Und sogar noch einen gekillt mit den Scheißdingern. Boah, da ist eine Arfe. Boah. Ja, ich habe den mit der Arfe gekillt. Äh, hä, hä. Witzig. Boah, was ist denn das? Ich habe den mit der Arfe gekillt. Jawoll, ja. Oh, ist noch einer. Jawoll, ja. Nein! Scheiße! Äh. Ah ja, ja. Immerhin. Was, wie viel waren es denn? Drei. Gekillt. MVB. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Komm, probieren wir es nochmal. Geht womöglich eh in die Hose. Also, die kann ich mal hier mit dem anderen in die Schuhe schieben. Ich will die nicht. Ah, nur angeschossen, ey. Ernsthaft? So, da haben wir auch den ersten mit der Dings gekillt. Mein. Scheiß P90. Äh. Zwei Stück wenigstens. Ach. Da hat Joker räumt auf. Es sieht jetzt ja mal gut aus, dass wir mal eine Runde gewinnen. Das ist doch mal was. Jetzt mal hier. So. Jetzt haben wir natürlich wieder kein Geld mehr. Ach doch. Na, sehr gut. Dann. Gucken wir mal. Wie es diesmal klappt. Tja, den, die Flash war nix. Das hat er sich glaube ich auch anders vorgestellt. Toll. Das ist irgendwie eine hässliche 5-7. Das hat er sich glaube ich eben auch anders vorgestellt. Ja, die Runde sieht es wieder schlechter aus. Tja, P90, ne. Gucken, vielleicht schaffe ich ja die oder 260 schaffe ich in der Runde mit Sicherheit nicht. Da muss ich jetzt schon echt scheiß Glück haben. Das voll zu kriegen. Was klaut der mir? Mein Kill. Geil. Ich bin hier am arbeiten. Und der jetzt auch oder was? Nee, der hüpft da noch rum. Bäm. Scheiße noch. Vier hat... Uah! Jo. Der hätt nicht mal 22 machen müssen. Scheiße. Ja, sieht schon wieder schlecht aus. Hätt er mal nicht bewegt. Ja, einfach da mit der Maus geblieben, wo er war. Hätt dann erwischt. Das war kein Wunsch. Und das ist umgelaufen. Den hat er ja eben nur geschlossen. Der hat ja eh nur ein paar AP gehabt. Kaufen wir nochmal das und das. Auch wenn ich stets Brandgranaten und Mully. Naja. Die sind ganz gut, um die anderen abzufucken. Ich mein, ich hab auch schon Leute mitgekillt, aber... Das ist ja meistens... ...her Glück. Nein! Verworfen. Mann, ey. Was hab ich denn hier aber auch echt für ne Truppe, ey. Ja, Team's Mission. Ist jetzt aber eh gelaufen. Jetzt kaufen wir nochmal ordentlich ein. Watt das Zeuschelt. Das hätt ich eigentlich... Ach, das hätt ich vorhin auch mal mit der AWO und so machen müssen. Da eine Rauch hin ist eigentlich immer das Beste, was du machen kannst. Finde ich. Scheiße. I'm throwing a grenade. I'm throwing a grenade. I'm throwing a grenade. Ich mag zwar campen nicht aber naja es war nicht wirklich campen behaupte ich jetzt mal Ich habe es ja gehört dass er gleich kommt Scheiße 5 HP Geil läuft schon wieder MVP kaufen wir gerade noch mal hier die Mischung Wie sieht es denn aus 15 9 ja geht 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 positiv ist immer gut ernsthaft Fuck von wegen geht ne eben noch gefreut hier Och komm ich bin jetzt genannte Scheiße Was ist hier los Der der denkt auch ach toll den kill hab ich nicht mal gekriegt Oh ey ist nicht wahr Ich meine von allen dritten der hier ist spannend Was wieviel sind 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 nur 3 2 ja perfekt afk und 12 ap top Wir gewinnen noch ich sehe es Wenn ich jetzt mal aufpasse und die granaten ordentlich werfe Wieviel haben wir ja schon 62 Die hat der ja eigentlich schon nicht schlecht geschmissen Schmeiß ich noch mal eine weiter nach hinten Das die einfach schiss haben Das die einfach schiss haben Das die einfach schiss haben Ach komm Ich flipp aus ey Scheiße Den der ich jetzt gut anstelle da hinten räumt der 3 Leute ab Der räumt gar keinen ab Der hat nicht mal geschossen Der hat nicht mal geschossen Alter da kriegst du echt nen Anfall Wer war denn das Der hier Toll hast du es hingekriegt du Depp So was mag ich nicht Weil der hat jetzt Der hat es jetzt in dem Sinne verkackt Das ist toll wenn der die jetzt noch erschießt Aber es sind einfach 3 oder 4 Leute Von den Terroristen gestorben Weil er nicht früher geschossen hat Ja Da hätten wir es noch schaffen können Tja Gut Dann war es das für die Folge Vielen Dank Wir sehen uns in der nächsten Tschööö